Ah, ich hab schon geöffnet. Oh mein Gott! Warte, FIFA ist... Okay, okay, ich bin der King. Was war grad... Okay, FIFA ist tot, aber es war trotzdem. Ist trotzdem nice. Habe in meinem Leben noch nie Pelé gezogen. Doch das Wunder ist geschehen und ich hab in diesem Jahr dreimal Pelé gezogen. Zweimal Moments und einmal den Prime. Die Leute fragen sich jetzt, was machst du jetzt mit diesen Spielern? Bruder, ganz easy. Ich opfere ihn. Der Zeitpunkt ist gekommen. Ich hab's gemacht. Ballabilla, ich hab's gemacht. Ich hab 99er Pelé abgestoßen. Kommt alles an. Auch der von vorne aus der Drehung. Ui, ui, ui. Ey, der kommt auch an. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nee, 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 nee! Nee, nee, nee! Jetzt hab ich... Oh Gott! Wie viel ist das denn? Sind das dann 18.000? Ja, der Mertens! Ah ne! Oh schon, schade, schade. Guck mal jetzt. Mert... Nein, 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 nein. Ich hab nicht schon wieder Mertens zu Depay gesagt. Ist das überhaupt Depay? Komm, Junge! So gut, so... Halt dein Maul! Der pfeift Paul! Ach, komm! WTF? Videobewein. Langerfassen. VAR, Köln, wieder gepennt da, oder was? Puh! AHH! Nee, 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 nee! Nee, 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 alter! Ey, das Spiel ist verhext! Da schallert es mir direkt die Kamera vorm Platz, Mann! Was war das denn? Ist komplett Rückraum. Gucke. Oh, der Fies! Nein! Ja! Ja! Das seh ich in FIFA-Deutschland. Was seh ich denn da hinten? Road to Haaland. Hab ne Frage. Wird nicht Haaland anders geschrieben? Ich kann's nicht so gut erkennen, aber das ist ein A vor dem L und ein A nach dem L. Bitte sagt mir, dass der anders geschrieben wird, oder? Er nennt sich Road to Haaland, ist der größte Haaland-Fan und weiß nicht mal wie man ihn schreibt. Noch nein! Hä, EA, wieso? Hä, wie geht denn das? Wir reden gerade über den, ne? Es ist immer so auffällig, EA Sports. Digga! Was? Ich hab zu lange drauf. Oh, was? Das Tor! Ja! Kimmich! Ja! Ähm. Ja. 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 Das war so ein Goretzka Call gerade. Ja. Oh. Oh. Mbappé, Freunde! Endlich sehen wir mal Mbappé aus dem 10x87 Plus-Pack. Vorhin noch drüber gesprochen. Und jetzt noch ein CR7 dahinter. Oh, Foden! Was? 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 Nein! Was ist das denn? Also... Yo. Der wird liegen. Oh! Oh mein Gott! Wie... Das ist gelb! Das ist gelb! Junge! Was? Einfach beide wegge... Ey, wie perfekt diese Grätsche war, Junge. Ula Zero hab ich auch. Heute. Mal wieder, weil ich Zucker brauche. Was war das? Was? Digga, dieses Spiel ist einfach nur kaputt. Bruder, der Mann hat's... Oh! Oh mein Gott! Okay, ich hab nichts gesagt. Oh mein Gott! Bruder, du hast alles... Ne? 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 Was machst du da? Ey! Ey! Oh mein Gott! Ja, ja, ja! Erster Pfosten! Nee! Wieso so weit? Ich kann aber auch überhaupt nicht flanken. Ich bin wirklich der... der schlechteste Flankenspieler der Welt. Jetzt! Ja! Oh mein Gott! Ich krieg sogar ein Elfmeter! Ich will kein Elfmeter! Lass mich doch einfach ein Flankentor machen, Mann! Ich brauche irgendwas, um meinen Schlauch festzuhalten. Das geht mir ja richtig auf den Sack hier. Was meinst du? Eigenpick? Oh! Erneut! 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 Ich will auf mein ganzes Leben! Ich habe erneut gezogen! Ich habe erneut gezogen! Und Ginola... Ich weiß nicht, woher sie momentan... Ich weiß nicht, woher sie momentan die Skill-Moves und die Week vorziehen. Ich würde es mit Vorsicht genießen. Aber es erinnert nichts daran, dass wenn es so eintreten sollte, ist es sick. Das ist echt eine harte Geschichte. Das ist echt so ein hartes Stück. Und... Ronny? Ich hoffe. Was? Was? Ja! Ich kann nicht mehr, Freunde. Was macht Ronaldinho da? 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 Und jetzt kriege ich so den Ausgleich. Guckt euch das an! Ich weiß, wir haben September. Ich würde trotzdem gerne was Gutes ziehen. Ist mir egal, ob wir September haben. Ich würde trotzdem gerne jetzt hier eine Portugal-Flagge sehen. Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich habe... Es... Geschafft! Eigentlich meine persönliche Leistung als Innenverteidiger. Ey, wir kriegen nur Dreckstuche, Mann! Wieso gibt es keine Vorschaufex mehr? Eigentlich waren die ja mal nur auf... Auf die... Auf die... Auf die Summerstars... Äh... Hä? Das Spiel läuft doch weiter, oder? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich kann einwerfen! Meine Mannschaft spielt! Mein Tor... Hallo! Hallo! Er hat neben's Tor geköpft... Abstoß! Ha! Es ist so kaputt! Es ist so kaputt! Es ist so kaputt! Aber... Er zieht einfach... Mbappé... Tots... Duplikat in Rot! Ibiza! Huuu! Huuu! Hahahaha! 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 Die ist supergut! So! Mit den Ladies! Sie? Sie? Gleich hab ich ein Ellbogengesicht, ne? little magazine ... Sie? Sie? Sie?